Hallo, willkommen beim Witz des Tages. Heute ist der Jesuswitz von Onnibuska Winter im Moment. Hallo, grüß dich zum Witz des Tages. Heute ist der Jesuswitz. Und zwar ist er von Melanie Miles, Rechnungs-Pytonym. Und hat meine Propheten besitzt, hört ihr auch. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der Unterschied beim Nageln. Und Erklärung. Jesus wurde ja ans Kreuz gehauen mit den Nägeln. Das hat ein bisschen weh, dann hat er geschrieben. Und Casanova hat sich vorn genagelt und Sex gehabt. Und dann hat er einen spannenden Ausdruck im Gesicht gehabt. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Okay, ciao, kakau.